Wir sind die Vortexes, springen Rampolin, kommen aus Salzburg und uns gibt es ungefähr seit fünf Monaten. Vortexes heißt wirbelnde Bewegungen. Vortex ist der Wirbelwind. Es ist eine Sportart, wo die Koordination einfach extrem gut geschult wird. Man fliegt herum, also man ist schwerelos, der Mensch will nicht mehr schon fliegen. Also ich glaube, dass das auch damit zusammenhängt. Wir freuen uns gut, dass wir weitergekommen sind, weil wir haben noch eine Menge Auflage. Ja, sagst das du, du weißt das. Nein, ich bin ja auch nicht so ein kein Intellektiver. Am Anfang haben wir es nicht besonders realisiert. Wir! Am Anfang haben wir es nicht besonders realisiert, dass wir im Halbfinale gestartet sind. Das war uns nicht bewusst, dass wir im Halbfinale, also warte, wo es war. Wir freuen uns voll, dass wir weitergekommen sind, weil wir haben noch sehr viel auf Lager und werden jetzt nochmal richtig die Bude rocken. Wir hoffen, dass wir auf, dass wir ins Finale packen. Ja, dass wir es gut machen, also. Und dass wir keine Plätze machen können. Dass es einfach was Gescheites wird. Und wir hoffen, dass sehr viele Leute für uns anrufen werden und für uns voten werden, damit wir ins Finale kommen. Wir werden euch im Finale dreifach Saltos und noch viel mehr zeigen, also bitte votet für uns. Und das ist jetzt die große Chance für die Vortexes. Die Vortex Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020